So, hier ist Land unter. Der Wind hat sich irgendwie um 180 Grad gedreht und ich hatte eigentlich gedacht, das Wetter kommt aus dieser Richtung. Und dann hat sich der Wind gedreht und jetzt stehe ich hier. Naja, ich habe es warm und trocken. Ich muss meine Antenne jetzt momentan nicht abbauen. Naja, wenn es nicht dran bleibt, schauen wir mal. Ja, läuft. Also ich kann ja vorne nochmal gucken. Ja, hier oben übrigens meine 6110, daneben eine Volt und Ampere Anzeige. Und ja, da ist auch noch so eine kleine Unterstromverteilung eingebaut, also dass ich da halt meine Anstecker habe, wo ich drauf gehen kann. Naja, schauen wir mal. So, wollen wir hoffen, dass das bald aufhört. Oh, das ist ja okay.